Endstation Knast. Gangster-Rapper Jizzis wurde heute zu einer Gefängnisstrafe beurteilt. Von Reue ist am Tag der Urteilsverkündung bei Jizzis nichts zu spüren. Und dazu noch 510.000 Euro Geldstrafe zahlen muss, zeigt er sich völlig unbeeindruckt. In den frühen Morgenstunden ereignete sich nahe der JVA Fools Büttel ein Zwischenfall mit einem Insassen, der ansteigt. 2018, 2019, dieses Video auf Instagram. Der Besitz von Waffen war ihm zuvor verboten worden. Man geht zum derzeitigen Erkenntnisstand davon aus, dass vier männliche Verdächtige versuchten, den Häftling zu befreien. Die Polizei Hamburg verhinderte das Vorhaben schlussendlich. Von den vier Tatverdächtigen fehlt jede Spur. Bei dem Häftling handelt es sich um den Rapper Jizzis, der 187 Straßenbande, der nun in den Nahen Osten deportiert wurde. Weitere Untersuchungen laufen. Die Drugs auf dem Tisch, die stampen um mich. Und dann noch das Gericht, alle lachen ins Gesicht. Aber alle wollen mich ficken. Ja, alle wollen mich ficken. Sie kranken auf den Brücken, Handschellen klicken. Ratten sind am Lügen, keine Stampe will verhüten. Aber alle wollen mich ficken. Doch ich darf sie mich nicht ficken. Sie wollen mich fein sehen, die Mentalität. Landen im Handumdrehen, in der Charité. Ich fahr von A nach B in meinem AMG. Ja, das ist Realität. Und sie fragen sich, wann ich mich einmal besser. Doch verklagen mich wegen bisschen Silvester. Wieder ne Hessjagd gegen den Prepper. Und die Pädophilen sind heut nicht mal Verbrecher. Weil ich sage, wie es ist, ins Gesicht. Und mach, was ich will, das passt nicht ins Bild. Beweise haben sie nicht gegen mich. Doch unterm Strich, basteln sie sich. Die Drugs auf dem Tisch, die stampen um mich. Und dann noch das Gericht, alle lachen ins Gesicht. Aber alle wollen mich ficken. Ja, alle wollen mich ficken. Ganz am Rücken, Handschellen klicken. Ratten sind am Lügen, keine Stampe will verhüten. Aber alle wollen mich ficken. Doch ich darf sie mich nicht ficken. Jo Bones, hier ist Gazi. Ja, die haben mitbekommen, was ihr vorhabt. Ich bin jetzt in dem Bang. Ja, aber scheiß mal darauf. Wie geht's den Kindern? Ja, ich vermiss den Kleinen, ja. Aber warte mal, ich bin jetzt. Ich sehe deinen neidischen Blick, weil du hast weder Likes noch Klicks. Bin weder viel zu breit im Gericht. Keiner weiß, wer du bist, jeder schreibt über mich. Und nur weil ich vor Gericht schon wieder einpern, kann an mir das halt auch lange nichts beweisen. Und deswegen nehmen sie mir wieder mein Geld, das ihn einsperren oder gleichschen. Und ich hab gar keinen Bock, mich in Unschuld zu waschen. Digga, alle meine Jungs kamen ab. Bisschen knast, kein Grund nicht zu lachen. Keiner von einsthaftes Gazi mundtot zu machen. Die Drugs auf dem Tisch, die stampen um mich. Und dann noch das Gericht, alle lachen ins Gesicht. Aber alle wollen mich ficken. Ja, alle wollen mich ficken. Die Drugs auf dem Brücken, Handschellen klicken. Die Drugs sind am Lügen, keine Stampe will verhüten. Aber alle wollen mich ficken. Doch ich lasse mich nicht ficken. Doch ich lasse mich nicht ficken. Haha. Ich lasse mich nicht ficken. Vielen Dank.